Alle ehrlichen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Dragon Ball Xenoverse, ich habe mich darauf fucking gefreut, so richtig, richtig heftig, ich starte einfach mal. Ja, 762. Ich habe genug von dir gehört, ich werde das jetzt enden. Du wundervollst! Ich werde dich enden. Just wie ich dein Erdlichen Freund habe. Was bedeutet das? Du wundervollst! Du wundervollst! Du wundervollst! Du wundervollst! Du wundervollst! Du wundervollst! Kann ich hier kurz... Äh... Also die Stimmen könnt ihr mir gerne sagen. Japanisch oder Englisch. Ähm... Was ihr halt besser findet, ne? Professionell... 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 Ich bin ganz professionell... Blub! Ich teste grad ein bisschen, was man hier machen kann. Ah... Das ist der Sprint? Alter... Oh... Oh... Ja, 762. Koko vs. Set. Hm... Sie sind schon bereit. Das ist ein Schade! Ich möchte wirklich die Besten retten. Der ist besser! Oh! Das ist das! Hier! 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 Geräusche! Super! Das sind so viel mehr Spaß als die Man enthusiast werden. Ich denke, es ist das auch. ich drück einfach mal was gibt es denn noch hier oh gott es wird mir so schwierig sein ich bin richter an den gong komm her oh gott ich sehe gerade auf der autospur xd ist meine stimme so fucking laut also ich hoffe nicht dass es übersteuert bei euch das ist ja ein bisschen scheiße goko vs getbu ja 774 oh so was ja jetzt stimmt all right i better start fighting with everything i've got we lose this whole universe is going to be torn to bits ja 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 na kann Gut Oh die Grafik ist so geil ne Ich bin richtig ein BAM BAM History Is changing Oh, 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 lasst die, nein, ich muss es stumm schalten. Oh Gott. Das Lied, ne, also, entweder ich lasse es drin oder ich lasse es stumm, aber ich muss es dauerhaft quatschen, ich weiß noch nicht mehr, was ich labern soll, und ich überspringe es, ich muss überspringen. Fuck. Someone summoned you from a land far away. Fuck. So weit übersprungen. Ich hab viel so weit übersprungen. Egal, es ist nicht sehr viel und verpasst. Brave Warrior. Now, come forth. Das ist eigentlich genau das, was man im Trailer gesehen hat, wo Trunks dahin geht und die Drachen beschwört und da kommt dieser Typ da und den muss ich jetzt erstellen, also mich selbst so gesehen. Kann ich mal anfangen. Ach, schade. Die Musik ist so geil. Aber gefährlich ist. So, was haben wir denn hier? Ein Martin. Ein Sergeant. Die will ich auch nehmen übrigens. Ein Erdling. Damokianer und Freezer. Äh. 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 Nicht männlich. Wusst. Aussehen. So. 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 Und die Haare. So. 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 Ich glaube ich nehme die hier. Erstmal, äh augen. Äh. Sie sind auch kräft. Äh. Ich glaube ich nehme die. Ja. Erstmal so gucken. Popeln. Oh. Äh. Äh. Nimm das mit die mal drin, Hase. Oh Gott. Äh, ja komm. Mund, ja, endlich, endlich ist er weg. Ja. Die Örchen. Kommt durchschnittlich. Ja. Aufhaben, lass ich's so. Wer hätte es gedacht? Haarfarbe. Oh. So weiß. Weiß wäre auch irgendwie, ne? Näh. Ich glaube, ich nehme Weiß. Ich bin mir nicht so sicher. Fast dunkleres Weiß. Komm, wir nehmen das hier. Ja. Augenfarbe. Augenfarbe. Uhuhuhuhu. Äh. Ja, hier komm. Ja. Oh fuck. Was nehmen wir denn jetzt, ähm. Das ist nicht schwarz. Also, wenn sie bleiben, ja. Name und Stimme. Das ist jedenfalls die Stimme. Ich auf jeden Fall die. Nein. Ich habe die. Notch. Ich habe die. schreiben welchen namen nehme ich leid oder müsse leid in dem leid ich mag es auf zu fliegen ich bleib mit dem fall von dorst na oder fähre nicht bald wieso genius machen wir mal ja ist schon ein ganzes spiel neu starten was ich hab schiss gekriegt mach das nie wieder mit mir so ein mikrofon wieder vor uns er ist der und zwar ja 1850 Oh, Trunks test Oh, weiter Ich durfte Maul, Junge Nur, egal wie lange der Part geht, ich werde sie so raushauen und vorher Länge Mein nächster Part, den habe ich so raus, also ich hätte es lesen sollen Ich hätte es lesen sollen Drei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ne, 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 ne! What the fuck? In your face, bitch Uh, das Game macht mir schon fuck Oh, 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 level 3 I'll introduce myself, I'm Trunks, and I'm currently on a mission As you can see, this place, it's not the world you're familiar with This is the Toki Toki world, where the flow of time gathers You can call us, the Time Patrol When history goes off course, a false timeline is created We work to correct any of these changes to history As Time Patrol members, we'll fight all throughout time Sometimes, we deal with legendary fighters, or dangerous forces What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Oh, right, I should probably explain a few things first Look around, in this space, there are many other Time Patrol members If you'd like, go ahead and talk to them I'll hear your answer after you've had the chance If you're looking at the end of the game, go ahead and tell them ... ... ... ... ... ... ... ... ... ist nicht die online welt was soll ich wollte sagen wenn die grafik ist gerade wieder ein bisschen komischerweise haben gelaufen und ich würde dann laut der fängt aus der summe das hat man im mikro dann also das hört man halt bei mir heftig ich weiß nicht ob ich es gehört habt also entschuldigung dafür ich werde die part jetzt hier beenden später meine machen weil es ist 0 uhr hatte 06 40 ich muss morgens noch arbeiten ich habe jetzt erstmal einfach aufgenommen wie mega heiß auf dem game ich will nicht weitermachen aber aber geht vor ihr wisst und ich für die frische die pd frosch na ok dann sehen wir uns das nächste mal die musik bei dring bald zehn ob es hier ist trance und wir uns zunächst immer tja leute das ist irgendwie angehört wie nomo so gewissen